Schockmoment in Texas. Hier greift ein streuender Hund ein Kleinkind an. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie Mutter und Sohn ahnungslos von der Garage zum Auto laufen, als plötzlich ein Hund angreift. Der Pitbull bringt den kleinen Jungen zu Boden, doch geistesgegenwärtig geht die Mutter energisch dazwischen und verhindert so Schlimmeres. Doch der Hund lässt nicht locker, verfolgt die beiden bis zur Haustür. Die Mutter verteidigt ihr Kind nach Kräften und kann sich schließlich ins Haus retten. Der Schock sitzt tief. Abgesehen von kleinen Bisswunden hat ihr Sohn ein Trauma erlitten, erklärt die Mutter. Auf der Spendenseite GoFundMe hat sie jetzt eine Aktion gestartet, um eine Therapie für ihren Jungen bezahlen zu können. Was aus dem Vierbeiner geworden ist, ist nicht bekannt. Ob der kleine Junge aber jemals wieder entspannt mit einem Hund spielen kann, darf bezweifelt werden.